Wir sind die Firma Zelte Hofmann GmbH aus Nürnberg. Ich bin der Maximilian Hofmann und wir sind hier kompetenter Ansprechpartner für Lagerzelte, Leichtbauhallen und Eventzelte in der Vermietung und im Verkauf und das schon in der dritten Generation. Kunden rufen bei uns an oder fragen direkt per E-Mail an. Wir bearbeiten die Anfragen, melden uns auf jeden Fall zeitnah zurück und schauen natürlich, dass wir die passende Lösung für jeden Kunden anbieten können. Erstens vom preislichen Standort her und natürlich muss die Anlage auch für den Standort selbst, wo die Anlage steht, zugeschnitten werden. Und wenn die Bestätigung dann da ist, gehen wir runter ins Lager. Ich gebe die Daten weiter an unseren Lageristen und unseren Lademeister. Die Ware wird kommissioniert mit allen Ausstattungen und Extras, die der Kunde bestellt. Verladen, vergurtet und dann geht es auch schon los zum Kunden auf die Baustelle. Fängt an von der kleinen Privatveranstaltung, Geburtstag oder Hochzeit, im Garten oder an einer Eventlocation. Geht bis dahin, dass man sagt, wir haben große Firmen mit riesigen Betriebsversammlungen. Im Bereich von Lagerzelten und Alu-Industriezelthalten beliefern wir auch Automobilindustrie oder in kleineren Ausmaß auch den Einzelhandel. Mein Großvater hat damit angefangen, dann hat es meine Mutter und mein Vater mitgemacht. Und jetzt vor viereinhalb Jahren bin ich noch mit eingestiegen. Wir freuen uns natürlich über jedes positive Kundenfeedback. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Und damit das auch in Zukunft der Fall ist, sind wir weiterhin persönlich für die Kunden da.